Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Apache 207 Platte. Es gibt aktuell wohl keinen gehypteren Newcomer als Apache. Seine Tracks Roller und 200 kmh haben sich seit Wochen in den Single Charts festgesetzt. Vor kurzem stellt ihr dann auch noch auf Sidos Album Ich und Keine Maske als gelungener Feature Gast sein können unter Beweis. Jetzt ist es an der Zeit für die Debüt-EP des Ludwigshafeners. Platte beinhaltet 8 Tracks und keinerlei Features. Die EP kommt über Two Sides und erscheint digital. Busy Montana – Bock auf EP Erst im Februar erschien mit der Busy EP sein letztes Release. Acht Monate später kommt nun die zweite EP des Mühlheimers in nur einem Jahr. Bock auf EP kommt mit 6 Tracks und keinen Features. Die EP kommt über Monkey D. Family und erscheint digital. Johnny Dixon – World Dixon Johnny Dixon wurde bekannt durch Battle-Turniere wie das VBT und das Julien's Block Battle. Nach diversen Free-P's ist es nun an der Zeit für sein Debüt-Album. World Dixon beinhaltet 12 Tracks und kommt mit Features von Damon, Reportagen und Gary Washington. Das Album kommt über KRB-Mode und erscheint als Box. LUMARA – Zu Persönlich Das letzte Album von LUMARA, Ladies First, erschien im Jahr 2017. Jetzt kommt die Lanzhuterin mit ihrem vierten Album. Wie der Albumtitel und die ersten Single-Auskopplungen vermuten lassen, wird es auf LUMARAS Album sehr persönliche Inhalte geben. Zu Persönlich beinhaltet 12 Tracks, Features wurden noch keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Bazooka und erscheint als Box. MANUELSEN – MB-EIS Das letzte Album, MB-4, erschien im Dezember 2018 und liegt somit knapp ein Jahr zurück. Nun setzt MANUELSEN mit seinem mittlerweile zehnten Soloalbum, seine MB-Reihe, mit einem weiteren Teil fort. Nachdem die letzten Teile der Reihe chronologisch durchnummeriert waren, wird mit dieser Tradition nun gebrochen. Überraschend ist außerdem, dass der Mühlheimer nach seinen letzten fünf Alben, zu denen es jeweils auch eine Box gab, das kommende Album lediglich als CD anbietet. MB-EIS kommt mit 17 Tracks, Features kommen unter anderem von SAMRA, NURA, K1 und HAFTBEFEHL. Das Album kommt über König im Schatten und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.